Willkommen zurück, Commander. Die Kamera läuft noch? Da bin ich wieder. Frisch am Start. Gespeichert haben wir, ne? Wie gesagt, das Geräusch im Hintergrund, das ist mein Junge. Der so gerne schlafen will. Ich weiß auf jeden Fall, das war mies. Die Mission war mies. So, schön hinten bleiben. Den verwundertsten Panzer gleich nach vorne. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Irgendwas war hier, ne? Bestätigt. Schauen, schauen, schauen. Bestätigt. Na, na, na. Bestätigt. Servus, grüß dich. Erwartiert. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Ich muss noch unbedingt Teams machen. Für die... Melde mich wie befohlen. Ihr Einsatzfahrzeug. So, ihr seid so. Melde mich wie befohlen. Melde mich wie befohlen. Bestätigt. Depe 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 depe. Komm, yaks. Macht platt. Bevor der euch platt macht. Entdruckung. 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 Bestätigt. Bereits in Ordnung. Jawohl. Ich liebe solche Missionen überhaupt nicht, ne? Ich will Base bauen. Aber gut. Man muss alle Missionen irgendwie machen, ne? Sofort. Da ist nix. Da ist was. Bestätigt. Ziel wählen. Ja, da ist schon irgendwo. Achso, ne. Das war da. Bestätigt. Dann geht ihr gleich da drauf weiter. Entdruckung. Entdruckung. Oh, da ist einer. Nein, 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 nein. Schieß da drauf. Auch noch direkt zwei Stück verloren. Geboten. Leider nicht möglich. Es wird bereits gebaut. Einheit berührt. Ihr Einsatzfahrzeug. Ihr Einsatzfahrzeug. So. So, aber dann nach oben hinwegfliegen. Ja, die sind definitiv geiler. Ich weiß noch nicht was einfacher war. Ich glaube sogar unten lang fahren war ganz cool. Dann irgendwie hier, ne? Alles kaputt machen. Ich glaube dann kriege ich sogar noch ein paar. Sofort. Ähm. Invasoren. Und mit den Invasoren kann ich dann auch noch irgendwas. Ein. Ne. Nehmen. In Ordnung. Sehr gern. In Ordnung. Sofort. Echt? In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Allein wegen der Musik. Allein nur die Musik. Ich weiß gar nicht, ob es Sinn macht, gleich hier die Radarstation einzunehmen. Ich glaube, das hat jetzt nicht unbedingt Sinn. Ich weiß das echt nicht mehr. Hier waren die anderen. Schema, flatt. Die Mucke ist die geilste einfach. Es gibt keine geilere Spielmucke als die hier. Schnell hier immer so alles kaputt machen. Hier kann man selber noch zogen. Ah genau, Kiste. Kiste. Ja, toll, Wach. Tolle Gesundheit. Wenn man sich genug Zeit nimmt, sind eigentlich alle Missionen ja recht simpel. Na, man muss halt nur sich so die Zeit nehmen. Aha, guck mal, guck mal, guck mal. Schlecht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ach, kommt. Da machen die halt einfach überhaupt keinen Schaden, ne? Ja, definitiv. Das ist schon cool, ne? Da habe ich ein Flugzeug verloren. Oh, krass. Okay. Die Version bei Origin ist halt schon echt gut. Für das Geld ist die schon wirklich sehr gut. Weil kostet halt wirklich überhaupt nichts. Und dafür kriegt man eigentlich schon wirklich sehr viel, ne? War hier nicht sogar irgendwas drin? Ah, ich weiß das nicht mehr, ne? So, hier warte ich jetzt auf das Spionageflugzeug. Ich rede mir die Sicherer. Ja, Tiberian Wars habe ich jetzt vor kurzem erst durchgezockt gehabt. Oh, das ist natürlich schlecht hier, ne? Aber gut, Panzer hier unten hin. Panzer hier unten hin. Dann kann man das kaputt machen. Kommen die? Ach, die fahren hier unten. Okay. Ja, das ist natürlich schlecht. Wie mache ich das Ganze? Nehmen wir uns mal einen Panzer. Ich glaube, das war hier sogar auch nur eine Art Trappe oder so war, ne? Weit. Ich weiß es nicht. Aber da oben ist auch noch ein Kreuzer. Ganz schlechte Schiene, also ich muss auf jeden Fall unten lang. Oh, macht kaputt. Schick. Schön außen lang fahren. Nein, 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 nein. Wieder hoch. Den Jeep erst durchlassen. Mr. Lübeck, danke dir für den Follow. Ich muss unbedingt noch Follow, Alerts, Bounce, Rückmahnen, Conquer, ne? So, das sind jetzt gerade die World of Warcraft Alerts, die da laufen. Ich muss unbedingt noch ein paar andere haben. So, schnell wieder weg hier. Schöne Abnacht da hinten mit euch. Der ist jetzt ruhig. So, der kommt wahrscheinlich hier zu uns hingefahren. So, die haben wir weg. Können wir uns auch gleich um den Rest da noch kümmern. Das eine Flak-Ding muss gleich weg, aber das machen wir gleich, ne? In Ordnung. Ja, komm, erzähl. Können wir euch jetzt mal um die. Schön, langsam die Mission. In Ordnung. Komm, einmal Munition hast du noch. Hat nicht gleich. Die werden gleich schwer. Die werden gleich richtig, richtig schwer. Den platt machen und den. Vor allem, wie weit wir einfach noch müssen. Sondern wieder voll? Nein, noch nicht. Kommt schon, ladet, ladet nach. Können da schon mal drauf. Hier soll wieder voll. Was denn los? Oh, Mädels, hä? Könnte aber besser. Nein, 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 nein. Boah, da werden jetzt beinahe noch. Na doch, der hat schon. Nicht richtig geil. Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Ey, den Jeep muss ich jetzt unbedingt... Irgendwie kaputt kriegen wir. Vor allem, ich weiß noch nicht, wie ich das Schiff hier kaputt tun soll. Mit dem Mix, weiß ich nicht, die Mix. Da bräuchte ich mehr Mix für. Damit das tatsächlich kaputt geht. Schwer. Aber was übernehme ich gleich? Übernehme ich gleich nur, um zu verkaufen? Um, um dann, ähm, ja, sozusagen, äh, zu nixen, dass ich das Geld hab und damit... Bestätigt! 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 In Ordnung. Melde mich wie befohlen. Bestätigt! In Ordnung. So, warten, bis der stehen bleibt. In Ordnung. Macht der jetzt nicht mehr, ne? Na, 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 weg, weg, weg. Jetzt bleibt der nicht mehr stehen, weil die... ...Dinger platt sind, ne? Okay, hier unten haben wir ganz viele schöne Fässer. Die können alle Bumm machen. Bumm mögen wir ja eigentlich, oder? Bestätigt! Melde mich wie befohlen. Erwarte Ihre Befehle. Ja, Sir? In Ordnung. Ja, Sir? Bestätigt! Hat er was gebracht? Gar nix, ne? An dem Schiff wirst du nicht, dafür ist es zu weit weg. Schade, 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 schade. Jetzt bin ich mal echt gespannt, wie gehen wir an da doofe, doofe, doofe Schiff dran? Wollen wir mal mit dem Mix probieren? Ob die Mixes platt kriegen? Melde mich wie befohlen. Hm. Aber die Mix können jetzt erst mal den da platt machen, ne? In Ordnung. Ja, Sir? Ja, Sir? Ja, Sir? Ja, Sir, in Ordnung. Ja, speichern, testen, definitiv. Also auf jeden Fall speichere ich jetzt gleich vorher. Ich will jetzt nur kurz den Jeep hier noch platt machen. Ich versuche den jetzt mal, wenn der auf mich zugefahren kommt, wegzuschießen. In Ordnung. Bestätigt. 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 Komm, habt da einen schönen Winkel. Ey, komm, den Rest macht der Panzer. Ah, der hat da noch eine Rakete gehabt, ne? Quatsch. Fertig. So. Ich glaube, das mache ich ja mit den Jacks. Mit einem Jack, was eh schon kaputt ist, ne? Ihr Einsatzfahrzeug bestätigt. Ja, Sir? Melde mich wie befohlen. Ja, Sir? Ihr Einsatzfahrzeug bestätigt. Erinnert dich. Melde mich wie befohlen. Erworte Ihre Befehle. Ihr Einsatzfahrzeug bestätigt. Du, die sind so schlecht zu erwischen, ne? Schön von hier unten reinfliegen und versuchen, einen Fass zu treffen. Wenn der platt geht, geht der platt. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Zeug. Ein Erinnerung. Ja, gut. Hat geschafft. Ziel wählen. Grob. Fast. Wie ich es mir gedacht habe. Dann kommt jetzt ein Nick rein. Bestätigt. 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 Okay, hier geht's ab. Achso, ja, speichern wollte ich, ne? Einsatz gespeichert. Bestätigt. In Ordnung. Puh. 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 Da gehen ein paar Mixball drauf, würde ich sagen. Also müssen alle angreifen dann. Erworte Ihre Befehle. Boah, das wird hart. Aber ich will unten auf jeden Fall lang. Ja, Sir. Wenn die jetzt voll sind, dann einmal zu sammeln aufs Schiff. In Ordnung. Aber die Mix sind ein bisschen schneller jetzt, ne? Das ist natürlich doof. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. 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 Gibt's schon. Ja, genau so wollten wir's sehen. So wollten wir's sehen. So, jetzt haben wir dann gleich den noch. Den können wir dann schön mit der Mix platt machen. Hier können wir... Das gleiche machen wir hier oben dann nochmal, sicherheitshalber. Obwohl, da braucht man gar nicht, ne? Nehmen wir jetzt gleich hier irgendwas ein? Das ist halt die Frage. Nehmen wir was ein? Nehmen wir das Reparatur-Ding ein? Brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Nehmen wir die Baracke ein? Um dann eventuell ein paar Bots zu bauen. Oder verkaufen wir hier einfach das Bauhof, was am meisten Asche bringen würde. Ha. Schwer. Also schaffbar war es ohne Schieß definitiv. War auf jeden Fall schaffbar. In Ordnung. Melde mich wie befohlen. Da-da-da-da-da. Mix, wo bleibt ihr? So. Melde mich wie befohlen. Wo sind meine Mix? Ja, zu rücken. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Erwarte ihre Befehle. Bestätigt. Wo sind meine Mix hin? Hier, Einsatzfahrzeug. Ich hab die doch nicht alle verloren. Kannst knicken. Melde mich wie befohlen. Vor allem der sagt mir auch. In Ordnung. In Ordnung. Ich hab drei Invasoren. Bestätigt. Wo ist meine Mix? In Ordnung. Ach da. In Ordnung. Hä? Bestätigt. In Ordnung. Komisch. Wo die jetzt irgendwie hin waren alle. Spionageflugzeug bereit. Ziel wählen. So, ich weiß nicht. Machen wir das Schiff hier oben sicherheitshalber kaputt? Könnte man schon machen, ne? Okay. Da, um, da. Ich glaub hier unten muss ich hin, ne? Melde mich wie befohlen. In Ordnung. In Ordnung. Hm. Was machen wir? Was machen wir? Bist du denn jetzt so schießwürdig auf Mauernpanzer haben? Was so bitte? Versuchen wir das gleiche nochmal und killen einfach hier alle nochmal. Äh, killen nochmal das Schiff. Bestätigt. Ja, ich glaub das machen wir. Was machen wir? Krieg da mal ein paar Schleif. In Ordnung. Bestätigen. Bestätigen. Shit. Shit. Ja genau, könnte ich. Kann natürlich auch sein, dass der eins dann verkauft. Ja, Sir. Ja, Sir. Das ist halt die Frage. Ja, Sir. So, wenn der wieder voll ist, geht der da drauf. So, hier nochmal erkunden. Ja, da dürft ihr ja alle gleich Pille Palle sein, denk ich mal. Wir können die Mix nach und nach einfach weg machen. Hier haben wir einen Rack Zero noch, da noch ein Rack Zero. Das sieht eigentlich gar nicht mehr so schwer aus, oder? Ich meine, eigentlich brauchen wir hier gar nichts mehr, oder sehe ich das gerade falsch? Erwarte ihr, du hast noch einen Muni, komm, schießt in Ordnung, bestätigen. Also, so wie ich das sehe, brauchen wir gar nicht mehr irgendwie großartigen Muni. Ich hätte nicht so viele Mix bauen dürfen, sehe ich gerade. Ja, so, die da drauf. Ja, Sir. Bestätigt. Die da drauf. Ja, Bauverkauf bringt auf jeden Fall gut Geld. Das könnten wir auf jeden Fall schon machen. Gut. Das ist schon mal erledigt. Aber brauchen wir es. Jetzt achte mal. Das ist hier. Da steht noch einer richtig gut getarnt, okay. Es ist nur noch, dass wir kaputt schießen, und dann ist die Mission fertig, oder? Vielleicht ist es falsch. Also, eigentlich muss ich da jetzt nicht mehr den wilden Aufriss hierfür machen, oder? Hier ist nichts mehr. Da sind nur noch zwei Rack Zeroes. Die mich davon abhalten, dass hier irgendwas Schlimmeres passiert. Also, von Bahn. Denke ich. Hau ich jetzt Stück für Stück mit dem Mix alles runter. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich den hier platt mache, weil mit einem Jagd wird es ein bisschen schwierig. Wir sind schon wieder voll. Gut, den platt machen. Ja, mal gucken, wie mache ich das? Ja, gut, danke. Für die Bestätigung. Finde ich gut. Ey, du kackt Jeep, Alter. Du kackt Drecks Jeep einfach, ne? Du sowas von verkackten Drecks Jeep. Weiß nicht, ich versuche jetzt einfach mal mit dem einen Jagd den platt zu machen. Ist halt so. Wird schon funktionieren, oder nicht? Ihr seid auch wieder voll. Macht den kaputt. Komm schon. Doppel KO. Komm, lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf. Ja, aber das Reparieren ist auch so teuer, dass da jetzt auch nicht mehr so viel dann drin wäre. Also von da an. Ich habe jetzt eh nur noch eine, äh, mir könnte ich zwei Stück kaufen, äh, Jacks, also. So, wird jetzt noch ein Jack gekauft, mit dem wird, äh, der, äh, Rack-Bot dann mal eben kurz platt gemacht. Und dann dürfte das Ding doch erledigt sein, oder? Ich sehe hier eigentlich keinen großen, ich speichere auf jeden Fall nicht nochmal, nicht, dass da nochmal so, ähm, zusätzlich ein paar Verstärkungen von denen kommen oder sowas. Aber eigentlich sehe ich jetzt überhaupt. Kein Problem, danke. Echt? Wow, so hast du mal was platt gemacht. Cool. Jetzt könnte ich nur einen Jack kaufen, aber ich sehe keinen Grund dafür. Ehrlich gesagt. Sobald die jetzt aufgeladen sind, sollen sie den Panzer platt machen, sind sie schon. Alles klar. Dann speichere ich nochmal eben. Dann gehe ich mit dem anderen Panzer schon mal oben. Ein bisschen clear in, nicht, dass da irgendwas noch passiert. Oh. Schlecht, warum läuft denn jetzt nur Zeit? Warum läuft denn da jetzt die Zeit? Viel verstehe ich nicht. Wir machen Mauern kaputt. Wir fahren nicht draußen rum, nein. Wir machen Mauern kaputt. Mit einem Panzer, der einfach viel zu lange dafür braucht. Wird verhaben. Ja, Sir. Mit Ordnung. Mit Ordnung. Bestätigt. Schön. Melde mich hier, oder? Bestätigt. Ja, Sir. Ja, Sir. Komm, läuft halt schneller. Schießt der schon wieder? Die Mauer muss weg. Ja, ey, ich bin voll dafür. Ich bin voll gegen Mauern. Also. Pass auf, jetzt verkauft der hier gleich alles und schießt mir voll meine Trucks weg. Das wäre krass. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Ja, ihr schießt, Hauptsache ihr schießt alle Mauern weg. Ja, genau. Das ist das Wichtigste. Ihr schießt alle Mauern weg. Ich verstehe nicht, was der Auslöser jetzt dafür war, dass da eine Zeit auf einmal abwirft. Ich bin mal gespannt, muss ich hier hin? Ich denke schon, oder? Ja, Sir. Sofort. Kommt, dass man die Trucks auch nicht, oder? Nee, man kann sie nicht alleine auswählen, ne? Verstehe ich ja völlig. Ja, Sir. So, die hätten da reingekommen. Wäre dann schneller gegangen, ne? Bestätigt. Komm, geschafft. Wo muss ich hin? In Ordnung. Oder muss ich halt... Ah, okay, doch. Einsatz erfolgreich. Uwua. Ja, wuhua. MIG-Video. Wenn der MIG wirklich so fliegen könnte, hätten die Hosen alles gewonnen. Enjoyen wir mal kurz das Video, ne? Ja, Nachbrenner im Canyon an, genau. Ja, Nachbrenner im Canyon an, genau. BAM! Ich hab elf Sachen verloren. Ach, wirklich? Waren das doch so viele? So, jetzt musst du bald ehrlich durch sein, oder? Ähm, ich hab gesagt, ich mach alles oben, ne? Jo, wünsch ich dir ebenso. Ciao, ciao. Komm, trink den Tee. Trink... Ja. Vielen Dank. Das ist, äh... Ich hab ihn selbst gekocht. Himmlisch, der Tee. Ja. Wir können keine Inkompetenz dulden. Lecker. Lecker Tee. Wir werden nicht zulassen, dass Sie unser Projekt eiserner Vorhang noch länger gefährden. Lecker Tee. Hm, ha, ha. Macht doch nicht alles kaputt. Ha. Genau. Schön, dass Sie das auch so sehen. Verräter zu bestrafen ist mein Ressort. Ja. Und mein Vergnügen. Ha. Ich mag die... Meine Spione berichten, dass die Alliierten eine größere Seeoffensive planen. Wir können Ihnen an der Auftankstation den Weg abschneiden. Können wir. Gehen Sie mit Ihrem Kommandofahrzeug auf einer geeigneten Insel an Land und vernichten Sie die alliierte Tankstation. Ob ich das will? Können Sie dieses Gebiet für unsere U-Boot-Operationen freihalten? Natürlich. Los. Gerne. Und jetzt, General Kukov. Erzählen Sie mir doch etwas über diese Geheimwaffe der Alliierten. Die Chronosphäre. Du, du. Wenn das mal auch so wäre. U-Boot schleicht sich an, schießt ein Torpedo. Bumm. Kreuzer-Platt. Ah, wäre das schön, oder? Na, wäre natürlich nicht schön, wenn man Alliierten spielen würde. Ah, der war auch kein Kreuzer, ne? Ähm, okay. Zerstören Sie die Alliierten, ja. Wo können wir hier an Land gehen? Können wir hier irgendwo an Land gehen? In Ordnung, in Ordnung, in Ordnung, Ihr Einsatzfahrzeug, in Ordnung, bestätigt. Ja, Sir? Äh, speichern. Einsatz, gespeichern. De-de-de-de-de. In Ordnung. Ist das hier so gut, hier an Land zu gehen? Das ist jetzt halt die Frage. Da ist erz. Melde mich wie befohlen. Melde mich wie befohlen. Ja, Sir? Sehr gern. Ich habe keinen Plan, wo wir uns hier befinden. Egal. Einfach. Einfach mal bauen. Ist denn unten links, unten rechts? Gar nichts, ne? Wir sind unten Mitte. Jetzt war natürlich richtig, bloß von mir schon der erste riesengroße Fehler. Ich habe das Bauhof direkt am Wasser gebaut. Ganz schlecht. Weil, wenn da Schiffe kommen, ist es doof. Ah, mal ein bisschen erkunden hier. Wo wir hier so sind. Von, sieht auch genauso aus wie die Küste Frankreichs. Definitiv. Die müsste ja eigentlich oben liegen. Aber egal. Alles gut. Ja, genau. Da ist nochmal er. Okay. Da unten ist ein bisschen wenig, ne? Von wo kommen die dann? Von da. So, Strom. Strom, Strom, Strom. Echt jetzt? Ja, ernst. Komm schon, hau weg da. Ja, Sir? Was du zügig angeschlossen? Sehr gern. Wo ist der andere Jeep hin? Da war noch einer. Mal gucken, von wo kommen die da. Komm, gucken, gucken. Lucky, lucky machen. Brücke? Brücke ist immer schön. Brücke kann man schön verteidigen. Nein, keine Brücke. Doch, Brücke. Das ist groß. Da ist auch nochmal ernst dran. Ich fühl mich hier so mittendrin, ne? Muss ich sagen. Mal schauen, ob ich schon Mammupanzer habe. Wäre natürlich auch noch eine coole Sache, wenn ich da schon irgendwie Mammupanzer hätte. Also muss ich hier die Verteidigung jetzt schon, ne? Also muss ich hier die Verteidigung jetzt schon, ne? Mal gucken, wie man hier irgendwo verteidigen kann, ne? Hier schlecht und hier doppelt zu verteidigen ist immer eine miese Angelegenheit. Beziehungsweise ja dreifach verteidigen, ne? Muss man auch mal Hitler fragen. Er hat auch ganz schlechte Erfahrungen halt gemacht. Ich kann natürlich auch die Brücken kaputt machen. Wäre auch ne Idee, ne? Ich will da jetzt keine Tesla hinstellen. Ja, und geh du doch bitte. So. Direkt noch ne zweite daneben setzen. Also die kommen von hier unten, die landen hier unten auch schon mal übers Wasser an. Okay, ganz dobe Geschichte. Finde ich nicht cool. Finde ich definitiv überhaupt nicht cool. Ich brauche noch ne, noch ne Raffinerie auf jeden Fall an. Einheit wählt. In Ordnung. Ja, Sir. Bereisen zum Einsatz. In Ordnung. Eher Einsatzfahrzeug. Konstruktion abgeschossen. So. Wird gebaut. Ein Flämmchen. Das ist Mission 11 von 14. 11 von 14 ist das? Okay. Wusste echt nicht mehr genau, wie viele es gab jetzt. In Ordnung. Konstruktion abgeschlossen. So. Haben wir das. Wird gebaut. Ich hoffe nicht, dass da jetzt gleich Helis kommen. Ziel wählen. Hoffe ich mal wirklich nicht. Abgeschlossen. Ah, hier oben ist auf jeden Fall schon Action am Start, ne? Ah, das scheint so zu sein, als ob da gar nichts ist, okay? Wäre ja natürlich auch noch cool. Bin ich auf so einer Insel sozusagen? Aber das ist doof, die landen ja eh überall übers Wasser, ne? Ich brauche hier die U-Boot-Vorherrschaft, dann. Ja, Sir. In Ordnung. Di-di-di-di-di-di-di. In Ordnung, unser Stützpunkt. In Ordnung. Äh, wo? Na nö, ne? Das ist ein Drecksdinger, ne? Komm, du händ'n auch drauf schießen. Shit. Schiff kaputt. Warum Einheit verloren? Achso, das war der... Der, 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 der für Truppendingsbums, ne? Der meine Luftdinger abgesetzt hat. Okay, also wenn, dann landen die nur überall vom Wasser an Erz. Dann haben wir eigentlich relativ viel. Aber anscheinend kommen die dann auch von da. Gut, das heißt... Ähm, noch ein Geldtransporter. Ich würde überlegen, ob ich tatsächlich mal ein Tech-Zentrum wieder baue. Wird gebaut. Konstruktion. Melde mich wie bevor es. In Ordnung. So. Ja, Twitch hat gerade mächtig Probleme. Hier wird mir auch kein einziger Zuschauer mehr angezeigt und sowas. Warum, was habt ihr denn für Probleme? Oh, der ist platt. Ähm, da. Urboot, der. Ihr Einsatzfahrzeug? Genau das. Ja, ja, okay. Ja, wie gesagt. Ich sehe, dass ihr schreibt. Also von da an kein Plan. Oh, okay. Da kommen sie. Ich mache mir dann auch eine kleine Flieger-Eingreif-Truppe, glaube ich. Ja, das ist halt... Twitch momentan hat wirklich viele Probleme. Ja, da. Spionage-Flugzeug bereit. Ziel wählen. Twitch hat momentan immer wieder... Aber das ist halt, ne, die, die, die... Wird gebaut. Einmal bereit zum Einsam. Ja, ist... In Ordnung. Oh, was ist denn das hier? Okay, so viel ist hier gar nicht. Auch Hubschrauber doch am Start. Okay, scheiße. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Dass die Hubschrauber am Start haben. Ja gut, ich kann... Guck... Kann leider nicht aus dem Spiel raus tappen. Weil ich, wenn ich raus tappe... Ähm... Ja, Sir. Bleibt stehen. Leider Gottes. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Ich bin mal gespannt. Habe ich schon Atomboote? Ne, ne? Die kamen erst. Mammut-Banzer. Bestätigt. Bestätigt. Ja, Sir. Wenn der trifft, ne, ist das Ding einfach schneller kaputt, als du gucken kannst. Ist das, ne? In Ordnung. Hier, Einsatzfahrzeug. In Ordnung. Schön. Schön geplättigt. So, jetzt habe ich auch wieder drei Zuschauer. Also, ja. Hier, eine Aufnahme. Keine Ahnung, ne? Kionageflugzeug bereit. Ja, erst mal hier alles... ...aufklären. Bomben auf den Heli. Und dann mal ein paar Mammuts schon bauen. Okay, da sind noch mehr Schiffe. Schlachtkreuzer. Ja, aber gut. Was heißt Hauptspiel? Das sind ja sozusagen DLCs, wo dann hintererst die Sachen auch hinzugekommen sind, ne? Also von da an... Oh, fuck. Erwartet Ihre Befehle. Mit Ordnung. Mit Ordnung. Erwartet Ihre Befehle. Bestätigt. Dieses Drecks... Drecks Ding, ne? Wird gebaut. Leider nicht möglich. Es wird bereits gebaut. Bestätigt. Boah, da trifft er mein U-Boot. Drecksack, ey. Melde mich wie befohlen. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. Ihr Einsatzfahrzeug. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Ihr Einsatzfahrzeug. Was? Ihr Einsatzfahrzeug. Marineeinheit verloben. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Ja, Sir. Marineeinheit verloben. War's schon so? Aber wo hab ich denn jetzt bitte so viel... Achso, den hat der noch kaputt gemacht. Okay, alles klar. Ja, ich dachte schon. So, wo ist denn jetzt was kaputt? Leider nicht möglich. Es wird bereits gebaut. Ja, Sir. In Ordnung. Einheit bereit. Bereit zum Reiter. So, du geh mal da weiter erkunden. Jawohl. Hier kommt man dann wahrscheinlich hier hin. Okay. Mehr Mammutpanzer. Mehr Mammutpanzer. Ich könnte auch mehr Mix dann jetzt fahren, ne? Jawohl. Wird gebaut. Ihr Einsatzfahrzeug in Ordnung. B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Was ja eigentlich hinterher in, äh, ich weiß gar nicht in welcher, ob es mit, irgendwie was dazugekommen ist oder nur bei der Playstation-Version war. Aber, irgendwie. Weiß ich nicht, wo das ist. Das ist nicht mit bei hier. Komisch. Ja, robb dich durch. Robb dich durch. Noch mehr. Ja, genau. Ist auf jeden Fall ein bisschen Erz am Start, muss ich sagen. Weil der überlebt. Krasser Hund. Unzureichende Finanziermittel. Schlecht. So, jetzt hab ich wieder sieben Zuschauer. Also, ja, ja, irgendwas, irgendwas ist bei Twitch halt mal grad wieder. Aber gut, wie gesagt, die haben ja in letzter Zeit wirklich viele Probleme. So, schießt jetzt schon wieder ein Schiff? Ich hör schießen. War das hier oder was? Oh, wow. Ja, der fährt jetzt so hoch, schön. So. Dann machen wir noch ein paar Mix, das war eine größere Eingreif-Truppe, das wir haben. Nee, ne? Mammut-Panzer. Einfach nur Mammut-Panzer, ne? Ist natürlich doof, wenn die nirgends wo hin können, oder? Muss ich jetzt mal gucken, ob ich hier komplett auf einer Insel bin. Das wäre natürlich schlecht. Hauen wir schon wieder ready. So, war das da rausgefahren? Ach so, okay. Ah, da kommen die Mammuts jetzt. Aber dann muss ich die mit Booten halt drüber bringen, dann ist das halt so, ne? Wenn das nicht anders geht. Ey, wie viel Erz hier einfach liegt. Ja, ja, das war das Schiff. Okay, gut, ich bin auf einer kompletten Insel. Und überall sind Schiffe. Zehntausend Millionen Schiffe. Also, ich brauche U-Boote auf jeden Fall noch. Ein paar U-Boote noch, damit wir hier mal ein bisschen aufräumen können. Na, das hat auch gar nichts gemacht, ne? Ah, der ist näher gekommen, hm? Wo greift ich jetzt hier schon wieder mal an? Ach so, das ist das ja. Okay, okay, alles klar. Oh, geh mal da hin. Alles gut. Schön viel Erz. Dann gehen wir gleich da vorne mal auf Jagd. Schön wär's gewesen, Atom-U-Boote. Das wär wirklich schön. Mit dem kannst du so viel Quatsch machen. Wo schießt denn der hin? Ah, hier unten kommt ein neues. Ah. Guck mal. Hier zeigen wir schon was. Wo, was, wie? Ach so, der hat da drauf geschossen. Okay. Aber für Ihre Befehle bestätigt, Jan Röse, der Finanzmittel. Und zu reichender Finanzmittel. Was steht hier rum? Nichts, was die Mix nicht losen können. Nö, nichts, was die Mix nicht lösen können, ne? Mein Gott. Sprachfehler lässt du hüßen. Äh, weiter U-Boote bauen hier. Was ist denn los mit euch? Boah, krass machen die daran wenig Schaden, ne? Ja, gut, dann mach ich mit dem Mix lieber die anderen Platz. Und dann muss man hier irgendwo anlanden, denk ich mal, oder? Hier, ne? Aber da warten sie natürlich auch schon recht gut. Okay. Ist wahrscheinlich der einzige Landeplatz, den es geben wird, ne? So, das sind dann, denk ich mal, erstmal genug U-Boote, um ein bisschen Spaß zu haben. Hier ist er wieder voll. Das heißt, ich gehe auf das kleine Dingern. Aber ich sehe gerade, ich komme hier gar nicht rum. Das ist natürlich schlecht. Ich komme hier gar nicht dran vorbei. Das ist natürlich eine miese Hausnummer. Oh, fuck. Wie mache ich denn das? Ja, dann könnt ihr jetzt auf jeden Fall hier schon mal erkunden, oder? Wenn man da nicht mal dran vorbeikommt, ist das natürlich schlecht. Ja, okay, das hier wird die einzige Landebrücke sein, die man nehmen kann, ne? Hier, einsatzfahrzeug, hier, einsatzfahrzeug. Tschüss. Schiff. Dann kommt hier wahrscheinlich aus dem Rand immer ein, äh, großer reingefahren, ne? Verstärkung, die sind eingedriffen. Einheit verloren. Bestätigt. Bestätigt. Haben wir ihn jetzt verloren? War das der? Na. Einheit verloren. Wir brauchen Silos. Wir brauchen keine Silos. Wir brauchen keine. Aber ja, ich baue mal schnell welche. Wir brauchen Silos. Nein, 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 nein. Die brauchen wir nicht. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Ja, die Raketen haben extrem schade. Ja, definitiv. So, die Mix dürfen wir weiter da machen. Ja, und die lassen wir halt. Na, komm. Da brauchen wir gar nicht so viele da, ne? Der geht auch noch mit hierhin. Und ihr kümmert euch darum. Crazy Tagger. Da ist der Tagger. Das glaube ich gar nicht. Hallo und willkommen, Crazy Tagger. Und danke für dein Follower. Ah, da wurde es geknallt. Wo schießt der? Ah, da ist der. Okay. Ja, I don't know. Really, I don't know. Crazy Tagger. I think, um, YapYahu speaks with you, yeah? And I don't know if you remember me, but when you started playing C&C, I was really often at your channel, yeah? Cool. Cool. Ah, yesterday I was also at YapYahu when you raid him. Oh, it was really crazy for him, yeah? Yeah. Yeah, of course, of course, of course, yeah. But yeah, you, um, for you it was really, really fast, yeah? Yeah, I make, uh, I speak with him because I have the idea, um, first that we make, we three make an, um, C&C team on Twitch. And after we found that only partners, uh, can make, uh, a team, uh, we discuss, it may be cool when we make a Discord together where we can, um, WB loot, where we can, yeah, share our community, because you, YapYahu, and me, we have complete different, um, stream times. So, yeah, this was the idea that we speak together, what we can make together. I think it's, it's, it's cool because we not disturb each other, yeah? So, and he's from Hong Kong, I think you was, um, East US, I'm Europe, Germany, so we have the whole world of C&C, yeah? It's, it's really, really nice, yeah? And we started all to the same time, yeah? Western Canada, okay. I don't really remember, because, uh, yeah, my head, I have child, yeah, so, I forget anything, everything. Yeah, total war, yeah. So, this is, I think, a very nice idea, when we rule the complete world, the complete world. Oh, fuck, 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 fuck. Yeah, sir, I'm exercise. Fast, fast, fast. Industrial medicine. Yeah, of course, I think also, yeah. Why not? Yeah, why not? I, I'm here, A meeting with most people! So, hier und hier, um, I saw you made also, um, um, an contest for, for the remastered edition, yeah? Nice, really nice. Yeah, I made also, I, um, ordered the 25 and a very, and a very bad English, um, box for me and also, um, one box for my community, uh, not, not the 25, the special box for the community, and it's nice to see, yeah, how, how big comes the CNC community again, it's really, really, really nice. Oh, fuck. Yeah, the big, uh, big box is, is just a, is a must have, yeah, for me, also, so, nice, what's, what's inside there, yeah, really. Oh, fuck, come kill him. Nice. Nice. So, I, I, I think I will attack him. come, 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 ja, fuck, bad. I think there is no other way. It's so long for me that I play the Red Alert campaign. So I don't know nothing here anymore. Come, come, Peter. And we're going to do everything here. Now it's... Read, speak English, speak German is really nice. Sorry on the stream, if I speak all the possible languages. I don't know if I speak Russian or something. And now I have to attack here this guy. Yeah, thanks, thanks. It was crazy. Yesterday, when you read YepYahoo, I thought that after that, after your Geist also was there, it comes a lot of more Geist to him. I think he has 20, 20 people who looked at him. And today for me also, I was with 10, 12, 14 peoples. I never had this before in the last month. Yeah, it's really, really, really crazy stuff, yeah? I put here the Tesla coil and here the obelisk and then 24 hours... 24 hours. 24 hours. Of course. I talked with YepYahoo that we maybe open together the boxes, but I think... He is in Hong Kong, I am here. So it's crazy when we get the boxes at the same time. So, more Mammut Panzer. And what I'm really, 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 really crazy... I write to Jim Vesela and also the team, Patroglyph, that one of the guys maybe comes here, when I put the giveaway to the community, yeah? I don't know. So, it ended a few days ago and I talked with some of Limited Run because first I ordered the 25 box only and one week later I have the idea for the giveaway. And she said to me that's no problem when I stop the first part and make another and buy the booth games directly. She said it will come at the same time, so I think that's no problem. Oh, yeah. Ich hab noch nie so viel Money mal gehabt, was denn los? Und... Ich glaub, hier haben wir jetzt auf jeden Fall langsam genug mal mit Panzer. Oh, oh, oh. Ja, Sir. Da pass' keiner mehr. Da pass' keiner mehr. Ja, Sir. Erwartet Ihre Befehle. Erwartet Ihre Befehle. Undzureichende Finanzen. Bestätig! Hey! I have no money! So, have a look here, maybe it gives away behind. the water maybe but I don't think so no no way ah we try try here oh fuck what comes there Tanya or what comes here oh bad idea bad so let's keep looking oh fuck what is here nothing nothing maybe here we can land better no look there is nothing fuck I thought maybe there is a better way for my mammoth tanks but no no better way and here are a lot of ships bad come 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 here nice so have you have a look yeah no problem yeah no problem um faster 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 and is here something no 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 fuck that's not good okay so we have to land here but yes no problem so what's here have a look inside the shadow more mammoth more mammoth okay shadow good I think we go with our first mammoth over the sea but I don't know if I have to kill the ships too maybe maybe here is not so much just cause these these it's really not much yeah at the same time this is this is the best this is the best come at the same time I don't understand the oh here comes where yeah come to me no problem yeah it's really 1-1 place that's really bad I kill everything and then I have no space to land oh fuck yeah yeah uh what mean you what mean you where to go where to go no no In the mammoth oh yeah sir what mean you with items hinsteading or where i Herman in a there where they land in yeah actually come they are my armi Von da an, die kommen ja sowieso in meine Arme. D-d-d-d-d-d-d-d-d. Hm. Na, natürlich, äh, die sind nicht so überstarkt, auf gar keinen Fall. Aber die sind stark, wenn du mit genug kommst. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Melde mich in Ordnung. Erwarte ihre Spiele. Ja, Sir. Ja, Sir. In Ordnung. Melde mich in Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. Hier, Einsatzbar. Ja, Sir. D-d-d-d-d. Erwarte ihr Betriebe. Kill the guy. Oh, Minen. Nein. Bleib stehen. Ja, Sir. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. 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 Kom. Kom, kom. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Fahrrad. In Ordnung. Erwarte ihre Spiele. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. Hier, Einsatzậuersburg. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Das ist wirklich schlecht, wenn halt so die die Marblepanzer dann halt auch so reagieren wie nichts oder jetzt einfach noch weiterfahren egal komm, geht da drauf jetzt muss ich ja eh mit allen darüber zu viele, too much Mammoth tanks ah, Tarnbunker ja Sir, ja Sir, bestätigt erwartieren und bestätigt ja Sir, in Ordnung hier einsatzbar zurück ja Sir, in Ordnung so gleich hab ich alle ja Sir, in Ordnung oh nein erwartieren und bestätigt in Ordnung ja Sir, bestätigt ja Sir, in Ordnung ja Sir, bestätigt bestätigt ja, das stimmt Minen, 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 Minen ja Sir, unser Schlusspunkt erwarte ihr Befehle ein heißer Lauf ihr Einsatz bestätigt ey, so viele Minen hier oder was boah die fahren auch einfach überall durch ne, überall ja Sir, bestätigt ja Sir, bestätigt ja Sir, bestätigt bestätigt in Ordnung ja Sir ein bisschen Stress hier ooooh ooooh bestätigt in Ordnung in Ordnung in Ordnung in Ordnung erhalde mich die Befohlen hier in Restätigt erwarte ihr Befehle in Ordnung ummm I use the yeah Rotor NT-USB bestätigt hier in Restätigt it was a a gift from from ummm bestätigt alternate because I have ummm uhmm uhmm they give me a bad yeah uhmm a bad machine what I what I buy bought there and yes so I had uhmm I had 150 euros for anything to buy there yeah and I buy this okay but I'm not really uhmm I think it's not really good because it's ummm very noise it's very uhmm I don't know the word in English yeah it's it's not so loud really and when I put it higher and higher when I make videos for YouTube yeah there's uhmm it's most difficult because when I put it higher and higher that I have a good voice on YouTube or a good ummm sound yeah it's it's not good to set up for it I I think so yeah so yeah I don't know how to explain what I think is bad with this no not noise it's not not really loud I don't know the right word in English it's it's late for me yeah it's yeah it's quite yeah it's late and it's really really quiet when I made YouTube videos I have to set up so loud that I become a lot of background sounds yeah maybe 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 yeah maybe yeah 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 also yeah I tried to set up it also I tried to set up it here on streamlabs but I yeah with that it's not it's not really my content not really my stuff I'm better better in other things not in this also with Twitch everything yeah now the affiliate part I have to read so much things for the modes and everything and yeah I really don't know no no you can maybe with the settings we can see maybe it's not really my settings yeah in Windows the setup is at 100% and also I looked that I have the right value 4040 thousand mega ads so that this setup I looked yeah okay look this is what I looked via Google or YouTube to set up it but yeah I don't know for a stream now I think it's okay okay yeah I heard it too I should test it I think it don't make sense to kill here everything 46 i mean this manage if you have like how to find your sound just the sound or do you think you can I can take raus what dem Mikrofon oder denkst es ist gerade der Sound ist auf jeden Fall in Ordnung also ich kann mich nicht beschweren ich denke ich kann noch einiges rausholen meint sich sollte denn auch mal dann dieses banana probieren oder ähm oder was wie wo kannst du probieren ja okay dann werde ich auf jeden Fall mal probieren weil ich wie gesagt ich finde für mich selbst bin ich auf jeden Fall nicht so ganz zufrieden ich denke auch schon dass da um einiges mehr drin sein könnte muss ich das hier killen oder was bestätigt melde mich wie befohlen in Hoffnung erwarte ihre Befehle ja Sir in Ordnung oder müssen die hier mit näher die müssen nicht gekillt werden oder kann ich mir nicht vorstellen du kannst damit auch nicht sonst blüten ja das wollte ich sowieso mal ähm für so ein paar Sachen ist das definitiv ganz interessant gewesen in Ordnung ihr Einsatzfahrt sollt erdikt hatte ich eh nur überlegt deswegen mal ähm in Ordnung zu schauen aber ja ja äh ich kenne mich da wirklich null mit aus bestätigt leider Gottes leider Gottes ja Sir in Ordnung ja Sir in Ordnung wir sind jetzt bestätigt melde mich in Ordnung bestätigt in Ordnung bestätigt ja in Ordnung in Ordnung hier Einsatzfahrzeug ja Sir, ja Sir bestätigt ja Sir in Ordnung melde mich in Ordnung in Ordnung ja Sir komm kill ey danke ey ja Sir bestätigt Sie melde mich in Ordnung bestätigt melde mich im Ordnung bestätigt melde mich im Ordnung bestätigt bestätigt bereit zum Einsatz bestätigt Ich habe nur USB 3. Checkt, aber nichts. So, wir haben einige Alleys. So, wo ist denn hier noch was? Bestimmt irgendein Bunker, oder? Irgendein Zahnbunker. Irgendwas. Oh, yeah. Killing my Mamu with mines. I think here is a bunker. Where is it? I see nothing. No. Yeah, die werden dann definitiv überpowered, weil die sind schon wirklich sehr krass. Allein der Schaden, wenn man sieht, eine V2 ist zwar vom Schaden her ziemlich stark, läuft die aber oder schießt die auf sich eine bewegende Truppe von Fußsoldaten, hat die eigentlich keine Chance, die V2. Die alliierte Artillerie hat ein viel schnelleres Geschoss. Das Flugzeug bereit. Ja, Sir. Ein Flug. Ziel wählen. Ja, Sir. In Ordnung. Ich werde mich nie befohlen. In Ordnung. Hä? Wo ist es? Ey. Erwarten Ihre Befehle. Bestätigt. Ey. 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 Just make it little bit smarter, it's faster. Why you have to choose as well? Why do you expect? They all aren't? Please resume your CRANnung. Cool. Very good quantitatVER. ... ... Ja, danke. Ich liebe das, wenn du eine Unite suchen und du nicht findest. Wow, 7%! Wuhu! Fuck. Na, 75 HP ist schon wirklich in Ordnung. Weil die richtig eingesetzt hinter einer Haufen eigener Fußtruppen oder kleinen Panzern, geht die richtig ab. Yeah, Docks auch so. Really bad, ja. Nochmal zurück. Ich will das Ding haben. Yeah, it's really bad. Meine Gewehrsleute sagen, sie arbeitet mit extrem energiereichen Signalen. Ich will sie. Genosse, wie? Ich bin nur von Idioten umgeben. Besorgen Sie Sie. Von mir aus stehlen Sie Sie. Okay. Ja, 7% sind besser. Wenn ich Einstein nicht hätte entkommen lassen, dann wäre diese Waffe jetzt in unserer Hand. Okay. Gain. Genosse, wir haben eine Spur. Ein alliierter Stützpunkt in der Nähe von Zed sendet extrem energiereiche Signale aus. Ich vermute dort verstecken Sie die Chronosphäre. Wir haben dort drei separate Kommandozentralen ausfindig gemacht. Erobern Sie alle drei. Hm? Lassen Sie nicht zu, dass man unser rechtmäßiges Eigentum zerstört. General. Pinn? Pin? So. Yeah. Oh fuck. Fast. Wow. Over應該. So. I don't know this mission anymore really. Ich weiß nichts von dieser Mission. Es war so lange vor. Komm, Kirit. Ja, Sir. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Einreichst Verloten. Ja, Sir. Melde mich wie befohlen. Melde mich wie befohlen. Ja, Sir. Ja, Sir. Wir sind bereit zum Einsatz. Einreichst Verloten. Ja, Sir. Einreichst Verloten. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Erwartet ihr Wille, Sir. Erwartet in Ordnung. In Ordnung. Neuen Bauern zu. Und wir jetzt geboren. Was? No. I think I had to make it again. Einreichst Verloten. Bad. Bad stuff. Was? What do we have here? Nothing. Okay. Okay. Oh. No. No. Spencer Long. So. Schauen wir doch mal hier. Was haben wir denn hier so? Das sieht nicht nach viel Erz aus. Die Instruktion abgeschlossen. Neue Bau-Option. Wird gebaut. Wird gebaut. Einheit bereit. Unzureichende Finanzmittel. Melde mich wie er. Know. Zündem die Befohlen. Einheit. Sehr gerne. In Ordnung. Ja, Sir. Wird gebaut. Einheit bereit. Einheit. so schauen wir doch mal was haben wir denn hier alles kennt einer noch die mission ja ihr dürft mir gerne was sagen ich hab da gar nichts gegen wenn mir hier einer irgendwas sagt ich kenne mich hier gar nicht mehr aus ich hab wirklich null plan mehr ja am freitag bin ich wieder da also freitag 17.30 bin ich wieder im stream falls du Bock hast und Lust hast einzuschalten ich bin hier danke dir auf jeden fall fürs zuschauen und mitmachen so schön aktiv aber ich bin auch nicht mehr lange da also von da an jawohl jawohl sehr gern so fort sehr gern erwarte ihre befehle so fort bestätigt sehr gern soo war haben wir denn jetzt hier noch konstruktion abgeschlossen tschü tschü nur das kostbare erb nein hubschrauber ich hasse hubschrauber in ordnung in ordnung in ordnung in ordnung sehr gern in ordnung melde mich wie befohlen sehr gern so das sieht ja gar nicht mal schlecht aus ein bisschen erz am start auf jeden fall ne ein bisschen erz haben wir echt sind die da stärker die geschütztürme wirklich glaube ich gar nicht weil die sind ja so schon recht stark ne ich finde generell sehr stark die geschütztürme muss ich sagen konstruktion abgeschlossen nein 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 wird gebaut wird gebaut sofort sehr gern wird gebaut unser Obama unser extend ja sehr gern na p wirklich haben die eine Minimum komm 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 Kill it! Puh! Bad! Oh, 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 es wird hart, das wird hart, das wird hart. Das wird eine harte Nummer. 60 statt 40 an einem schnelleren Feuerrat. Okay, krass, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht mit gerechnet. Hört ihr doch, die sind stärker. Äh, gleich stark. Also nicht so, ne? Das ist schon komisch. Oh, mani, 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 mani. So, dahin mal. Äh, hat die immer im Arsch wählt, irgendwo sammeln gehen müssen. Wirklich schlimm. Spionageflugzeug bereit. Ziel wählen. Dafür verbrauchen die mehr Energie. Ja gut, Energie ist aber, ne? Hier, ne? Energie hast du halt. Eigentlich. Im Multiplayer vielleicht ein bisschen, ja, wichtiger oder sowas. Aber ansonsten eigentlich relativ unwichtig. Ziel wählen. Verstärkungen sind eingetroffen. Konstruktionen abgeschlossen. Wird gebaut. So. Wieder mal eine Einheit da hinstellen, dass die Helikopters schön auf die Einheit gehen und nicht auf meine Transporter. Äh, Tech-Zentrum noch nicht, ne? Nein, 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 nein Trooper noch mal hinstellen und schon sind die halt mehr beschäftigt als alles andere. Schattengenerator und da ist Kronosphäre. Also kann ich mir eigentlich genug Mix nehmen und die wegballern, oder? Jimmy? Ja, gab es da nicht sogar irgendetwas? Äh, Jimmy, das erinnert mich an irgendwas. Heißen die normalen Troopers in der US-Armee nicht, Jimmy? Echt? Sind die da auch stärker? Okay, cool. So, mal kurz. Kennt ihr noch die Kurzzüte? Das ist super. Ne, kenne ich nicht, sagt mir nichts. Bin ich dafür zu jung oder zu alt? Das ist immer die Frage. Ist man zu jung oder zu alt? Ja, ich glaube hier ist gar nicht so viel an Leuten, oder? Kommt schon, kommt schon. Kommt schon, kommt schon. Ne, keine Ahnung, kenne ich nicht, echt nicht. Sagt mir nichts, gar nichts. Überhaupt nicht. Das ist so deutsch. Das sagt mir leider Gottes gar nichts. Die Werbevideos ging zwischen 14 und 14. Das ist so deutsch, das sagt mir nicht. Melde mich wie befolgen. Wirklich überhaupt nichts. Oh, mien, Läger. Verstärkungen sind eingetroffen. Konstruktion abgeschlossen. Bauoption. Einheit verloren. Wird gebaut. Miene im Erzfeld, richtig böse. Ja, definitiv. Definitiv. Ist der jetzt platt? Oder ist der weggefahren? Bei dem wurde man in den Socken und so ein Danglezeug, die sich kurz vorbeifahren. Kenn ich nicht. Wie gesagt, ehrlich, ich sag mir gar nichts. Weiß nicht. Aber ich gucke, aber ich habe auch wirklich noch nie irgendwie Fernseh oder sowas geguckt. Der wird von da an. Verschlossen. Kann es auch vielleicht da ran machen. Ich brauche mehr Asche. Ja, ich glaube, ich kann damit gerade auch überhaupt nichts anfangen. Also, kein Plan. Ehrlich nicht. Ich kann damit null anfangen. Melde mich wie befohlen. Einheit verloren. Melde mich wie befohlen. Nee, außer Truppen vorschicken. Gibt es da keinerlei Möglichkeiten. Früh genug halt den Minenleger kaputt machen. Aber der kann ja Gott sei Dank keine unendlichen Minen legen. Und auch so viele Tricks kenne ich halt auch gar nicht. Ich weiß nur, ein sehr einfacher Trick ist zum Beispiel mit den Helikoptern klar zu kommen. Die halt irgendwie fahren, ein paar Einheiten so hinstellen. Dann sind die beschäftigt. Ansonsten kenne ich gar nicht so viele. 9 Millionen Euro für ein paar Sekundenvideos. Alles klar. Ja, wir waren so behindert. Oh fuck. Oh fuck. Uuuuh. Ja, super. Wer auch sonst? Ja, wir zeugten sonst irgendetwas. Ja, das Hase, die Bleibs Zier-Video hat für mehr auch so gesagt. Ja. Ja. Ey, da war da gerade einer noch viel näher. Oh, man hat das so gemacht. Spionageflugzeug bereit. Wo ist mein? Ja. Kann man im Moment eine Einsatzfahrzeuge in der Chronosphäre erfassen oder eine? Mehrere Du kannst definitiv mehrere Einheiten erfassen Ja, Sir! Bestätigt! Bestätigt! Das ist jetzt los! Ja, Sir! Sehr gern! Wird gebaut! Gestoppt! Erwarte Ihre Befehle! In Ordnung! So! Wir machen noch einen Mammutpanzer und dann gehen wir mal ein bisschen angreifen Bestätigt! Sehr gern! Erwarte Ihre Befehle! Ja, und noch in Ordnung! Ja, Sir! Ah, das finde ich auch immer so buggy einfach, ne? Dass die dann noch irgendwo anders lang fahren erst, äh, lang laufen Ja, genau! Damit kann man machen! Das geilste ist, dass man einfach Chronosphäre nehmen vom Gegner, die irgendwo schießt was Wer ist denn hier runtergefahren jetzt? Spionageflugzeug Ah, lecko, funny! Da ist auf jeden Fall eine Menge am Start, ey! Ziel wählen Wird gebaut Habe ich alle meine Sammler noch? Habe ich Wird gebaut Dann ist gut Ja, Sir! In Ordnung! Konstruktion abgeschlossen Ah, scho Ich weiß nicht, muss ich nur die Chronosphäre zerstören hier in der Mission? Schon, oder? Ja? Wenn es nur die Chronosphäre ist, ist ja eigentlich kein Problem, ne? Konstruktion abgeschlossen Weil Ihr Einsatzfahrzeug Ja, Sir! In Ordnung! Naaah Ja, Sir! In Ordnung! Sofort! Unser Stützpunkt wird angegriffen Einheit verlaufen Wird gebaut Ja, Sir! Bestätigt! Ihr Einsatzfahrzeug In Ordnung! In Ordnung! Bestätigt! In Ordnung! In Ordnung! Natürlich! In Ordnung! Sehr gern! Verwarten Ihre Befehle! In Ordnung! In Ordnung! Da kommen ein paar Panzer, anschein! Schlechte Schiene! Verwarten Ihre Befehle! In Ordnung! Ja, Sir! Bestätigt! Ja, in Ordnung! Bestätigt! Ja, in Ordnung! Bestätigt! Jawohl! Ihr Einsatzfahrzeug noch! Weil, wenn ich nur die Chronosphäre gleich kaputt machen muss Ihr Einsatzfahrzeug Sofort! Sehr gern! Dann Dann Ja, Sir! Bestätigt! In Ordnung! In Ordnung! Ja, Sir! In Ordnung! In Ordnung! Ja, Sir! In Ordnung! Komm herrrr! In Ordnung! Bestätigt! In Ordnung! Melde mich wie bestätigt! Ja, Sir! Kill it! Kill it! Kill it! In Ordnung! Komm, danke So, hier hinter ist ein Schattengenerator, also mit Sicherheit auch Türme, oder? Er ist nur mobiler So, gehen wir uns die hier mal noch cachen Äh, okay Kenne ich alles gar nicht mehr, wie gesagt so Kenne ich alles gar nicht mehr So, du bist dann Einheit verloren Ja, Sir, bestätigt Komm, mach alles schön gehen Oh, fuck Ja, stecken wir in ein Westmester Ja, Sir, bestätigt Ja, Sir In Ordnung In Ordnung In Ordnung Bestätigt Ja, Sir Oh Sofort Jawohl Fahr da hoch Bestätigt Oh, Mann Oh, Mann Oh, Mann Oh, Mann Ja, das ist Ey, das ist auf jeden Fall schon wieder so eine Mission Weiß ich nicht Ich glaube, die gefällt mir nicht so ganz Vor allem muss ich jetzt gleich off Ich denke, die Mission machen wir beim nächsten Mal dann weiter Ja, Sir Ja, Sir Ihr Einsatzfahrzeug In Ordnung Aber die gefällt mir nicht, weil das so eine langsame Mission ist Ja, Sir Bestätigt Erwarte Ihre Befehle In Ordnung Erwarte Ihre Befehle Ja, Sir In Ordnung In Ordnung In Ordnung Komm, mach kaputt Du schrottet dich kaputt In Ordnung Ja, Sir Bestätigt Mammut Oh, der kommt auch schon, okay Das ist natürlich eine schlechte Geschichte Das müssen wir unterbinden So, aber jetzt wird gespeichert Leider Gottes So, wo waren wir denn hier? Da oben ist schon kein Erz mehr Hier haben wir noch dat, dat, dat Hier unten haben wir schon ein bisschen frei gemacht Ne Und ich glaube, hier waren wir jetzt auf dem Weg Ein paar, äh, Laster zerstören Ne, weil die uns hier im Weg sind, oder? Ja, da kommen die Mammuts In Ordnung Und da geben die Mammuts dann nochmal Gas, oder? In Ordnung Ah, jetzt habe ich meinen Mix hier weggewählt Ja, Sir Bestätigt Ja, kommen Mammuts da oben, ey Die fangen in letzter Zeit auch wieder mächtig rum, muss ich sagen Komm, ein paar Salben in den Rhein Und jetzt um den kümmern Ja, jetzt kommt die ganze Armee angerollt, ne? Und jetzt gehen sie auf meine, ne? Supergeil Ein Mammut weniger Noch ein Mammut weniger Da, ihr sollt da drauf gehen, sag mal Oh, Mammut, du, hier hin Wo greift jetzt aber dann? Echt? Gut Alles klar So, dürfte schon mal ein bisschen klarer hier sein So, Mammuts dürfen hier hin Ey, ich muss schneller Mammuts bauen, was ist denn los? Noch eine Waffe verbringt Lass dich halt einfach angreifen, Mammutpanzer Lass dich einfach angreifen Das ist gar kein Problem Ähm Am besten lässt du dich auch noch killen Was machst du hier? Läuft bei dir Am besten lässt du dich killen Ja, wenn der nicht platt ist, ja Ja, jetzt gehen wir auch auf die und ihre Jetzt kommen sie aber, ne? Ja, Sir In Ordnung Bestätigt Konsumtion abgeschlossen Ja, Sir In Ordnung Gerade haben wir noch geschrien Ich brauche Silos Und jetzt unzureichende Mittel In Ordnung Die können sich einfach nicht entscheiden Ja, da schießt er noch mal das Schiff Wunderbar So, jetzt müssen wir Jetzt müssen wir denen ihre Laster auf jeden Fall mal Kaputt machen So, du auch noch da hin Du wirst dich mal reparieren Du bist repariert Nein Dann Auch hier hin Wollen wir mal ein bisschen Action hier machen Wollen wir mal schön auf die Sammler Ja, ist schlimm, ne? Aber jetzt machen wir denen ihre Erfrau platt Weiß, ne? Die Stimmen Und zu reichendes Finanzmittel Die Stimmen Und zu reiches Finanzmittel Im Endnis Schon den Sammler Schön Komm, 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 komm Sie kriegen niemals platt einfach Jetzt kommen die wieder hier den Rudel komm jetzt haut den mal um! wo wird man einen Stützpunkt angesetzt? komm 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 mach die Ruxirus plat Da ist noch was Kommt, ich gehe drauf So Ey, die lassen sich halt auch die ganze Zeit hier Wirklich Einfach Umbringen Die sind schon wirklich geil drauf Wo habe ich einen Einheit verloren, was ist los? Unzureichende Finanzmittel, finde ich gut Finde ich zwar nicht so gut, aber gut Danke Schön ein bisschen zurück Jetzt muss ich mich um die hier noch kümmern Bist du repariert? Du bist repariert Meine Nase juckt schon wieder Unglaublich Ich hasse Pollen Ich hasse einfach Pollen Gibt nichts Schlimmeres als Pollen-Allergie Gibt einfach nichts Schlimmeres Na, ihr sollt da stehen bleiben Aber du Ihr zwei Ihr fahrt mal da hoch So Du kommst hier runter Und machst hier gleich mal die hier weg Weil die gehen mir nämlich da Die stehen da durch Da geht mir mit So Ich denke mal die Das waren ihre Sammler Ne, da kommt nichts mehr, oder? Die haben ja alles nur Schatten-Generatoren Schlimme Wo? Wo? Achso, da war einer Okay Du bist aber auch wirklich Immer diese Dummheit der Sammler Ja, Sir Sofort Oh, auch da In Ordnung Ja, Sir Ja, Sir Sehr gern Sehr gern Melde mich Sehr gern Sehr gern Was ist denn hier? Im Tech-Gebäude In Ordnung Ah, das nehmen wir ein, ne? Weil Dann kriegen wir doch Müssten wir doch Sollten wir doch Hier kommen Hau die doch glatt Wo ist denn dein Problem damit, ne? Anhalt bestätigt Ja, Sir Bestätigt Erwarte ihre Befehle So Dann lassen wir nur nicht Den Mammut-Panzer Das machen wir mit was anderem Achso, aber wir müssen mal weiter Mammuts bauen hier Was denn los, ne? Mammut Einsatz bereit So, was können wir denn hier aufdecken Wo kein Schatten-Generator drauf hockt Nix, ne? Bringt gar nix Überall Schatten-Generatoren Wenn nicht, dann mobile Ja, Sir In Ordnung So, reparieren Ja, Sir Einheit bereit Wird repariert Wird gebaut Ja, genau Sowjet Ja, Sir Komm Ein Schuss noch Melde mich wie bewohnt Einer noch Bestätigt Ja, Sir Einheit repariert Melde mich wie bewohnt Bestätigt In Ordnung Bestätigt Bestätigt Wird verarbeitet Bestätigt Ja, Sir Bestätigt Ja, Sir Du gehst dann auch mal hoch Ja, Sir Wenn er dann irgendwann mal repariert wurde Ich weiß ja nicht, warum fahrt ihr denn schon wieder da oben hin, Harald Hier ist Erz Da ist Erz Geht Erz sammeln Ich stehe hier einfach nicht, ne? In Ordnung stetigt Oh Wow Bros Bros Boah, ist noch Kraft Bestätigt Wird gebaut Im Nahrerbuchzeug bereit So Aber ich glaube, den langen Weg werden wir eh nicht gehen, oder? Wir machen dann hinterher schön, ähm So Ich denke, wir machen ein paar Mix Und jagen einfach die Chronosphäre hoch, oder? Bestätigt Ja, Sir Ja, Sir Klingt am einfachsten Bestätigt, Sir Ja, Sir In Ordnung Ah, ist noch nicht ganz repariert Oh, das fahrt mir jetzt auch nicht, ne? Kommt schon Money Irgendwo hier war die Chronosphäre vorhin Hab ich auf jeden Fall vorhin noch gesehen, gehabt bei einem am Aufdecken Hatte ich es gesehen Übrigens, ähm Wer heute noch Nicht beim YabYahoo heute Morgen Dabei war Ähm Mal so die kleine Info am Rande Der YabYahoo, der ebenfalls auf Twitch & Streamer ist Und auch Command & Conquer, beziehungsweise heute sogar auch mal Dune ausgepackt hat Ähm Und der Crazy Tagger Ebenfalls ein Command & Conquer Streamer Wir drei haben uns zusammen getan Und haben eine Art Streamer Team aufgebaut Oder bauen es gerade auf Ähm, da wir eh extrem unterschiedliche Streamzeiten haben Da der eine aus Kanada, der eine aus Hongkong und ich halt hier aus Deutschland kommen Und Wir haben zusammen jetzt einen Discord bauen wir auf Ähm, um halt, ne Hinterher mal mit Live spielen, was weiß ich, gegeneinander spielen Um halt irgendwie so eine gewisse Community aufzubauen Oder so ein einfacheres haben aufzubauen Und Wenn ihr da beitreten wollt Sehr gerne ist es hier unter meinem Twitch-Kanal Hab ich den Link zu dem Discord Da könnt ihr dann einfach auf dem Discord beitreten Ja, und mit uns zusammen Schandtaten machen Da kriegt ihr dann auch immer mit Wenn wer live ist Da wird auch immer stehen Wenn wir unsere Streamzeiten verändern oder sowas Oder dann auch halb, ne Beim Remastered natürlich Ähm Ob irgendwas anders ist Irgendwas anders läuft oder so Also lohnt sich auf jeden Fall Lohnt sich Die Gewinnspiele vom CrazyTagger Wo man einmal die normale Version Vom Ähm Wie heißt's Command & Conquer gewinnen kann Der verlost einen Steam Oder einen OriginK Ist auch auf dem Discord Und hat mein Gewinnspiel Wo ich das Die Specialbox Fere lose Ist auch dort auf dem Discord Aber das war dann jetzt mit Werbung Konstruktion abgeschlossen So Warten wir mal hier noch Satellit kommt gleich Schön Ich weiß nicht Machen wir mal mit Mix Einfach nur die Chronosphäre Weghauen Ah, Rakete müsste hoch sein Da fliegt sie Die Animation finde ich so geil Ne, einfach Ich find's so cool Bam Was hatten wir hier? Kraftwerke, Kraftwerke, Kraftwerke Ey, ich hab noch gar nicht geguckt Ach nee Atomuboote kann ich hier gar nicht haben Ne, stimmt Klar Die waren ja Nicht in der Erweiterung dabei Aber Ich könnt mir die Base hier schnappen Übernehmen Und Die dann mit Schiffen kaputt machen Ne, also schön so Mit der Schlachtkreuzer Ne, weil die machen dann alles kaputt Hier Da ist der Bauhof Machen wir mal Wir gucken mal rein Was hier so ist Tatsächlich Wenn er denn hinkommt Der Flieger War Ja, war zu kurz Okay Aber ja Da war ein Bauhof bei Wenn ich's richtig gesehen hab War da ein Bauhof bei Ja, ich glaub Gehen wir die holen, oder? Wo denn diesmal? Da Nein, nein, nein Ah Ja Ihr, ihr, ihr Ey, ich mein noch mal zu dem Discord Ganz klare Sache Der ist doch nicht Komplett fertig Wir haben den jetzt Ich hab den jetzt Oder mach den jetzt schon Wochenende Versuch ich ihn Fertig zu kriegen Mit allem möglichen Aber ich bin halt zeitmäßig Auch ein bisschen eingespannt Deswegen nicht übernehmen Wenn da ein bisschen was fehlt Oder so Weil wir sind da jetzt noch Mitten im Aufbau Aber es wäre halt cool Alle Leute irgendwie Oder die Leute besser Zusammen zu kriegen Ah, cool, sehr cool Ich schalte dich dann Irgendwann jetzt gleich später Ich kann hier so doof raus tappen Ähm Schalte ich dich dann Als Follower frei Dann siehst du auch mehr Wir haben jetzt auch Ab Weiß ich nicht Der wollte eventuell Hier auch mal Im Stream vorbeischauen Haben wir dann auch Einen Moderator Für den Discord Der wird sich dann Schnellstens immer Darum kümmern Dass immer die Leute Halb dann auch freigeschaltet Sind und hast du nicht gesehen Wir versuchen es auf jeden Fall Schon professionell Oder relativ professionell Aufzuziehen das Ganze Wird auf jeden Fall eine coole Sache Gerade fürs Remastered Ähm Ich mache ja definitiv Turniere Wie gesagt Entschuldigung Wenn ich die ganze Zeit An meiner Nase spiele Na Diese doof Pollenallergie Die geht mir wirklich Ähm Wie gesagt Ich werde ja Turniere machen Fürs Remastered Definitiv Leaderboard Turniere Und alles mögliche Und die kann man halt Sehr geil dann Darüber laufen lassen Neu Dann kann man dann Ganze streamen Die ähm Oder wenn jetzt Team Deathmatch Oder sowas Gespielt wird Dann können die unseren Ähm Discord dafür auch benutzen Ich denke das ist schon Eine ganz coole Sache Sollen wir sowas haben So haben wir mal ein paar hier Und jetzt einfach nur noch Cool Wir können mal ein paar Bomben rein droppen Ziel wählen Wo droppen wir die hin Hier Der kommt sowieso Nicht an der Fliege Oder Von wo kommt der Ja Als ob der hier Jemals ankommen würde Und wie gesagt Ich kann auch Die beiden anderen Kann ich nur empfehlen Sind natürlich Englischsprachig Äh Der aus Hongkong Ist eigentlich Holländer Also wenn einer Holländisch drauf hat Geht auch klar Ähm Ich kann ihn nur empfehlen Sie sind wirklich Sau coole Leute Ähm Mich ohne Grund Hab ich mich mit denen Zusammen getan Weil die sind wirklich Sehr cool Ja der eine spielt Äh Auch noch ein bisschen Dune Oder generell Ziemlich alte RTS Spielt der Noch mit dazu Um das ganze Bisschen abzurunden Sag ich mal Ist schon cool So und jetzt Glaube ich Gehen wir mal Einen Angriff über Oder So haben wir mal Team 1 Wenn der da ist Dann haben wir Team 2 Team 2 Erwartete Ihre Befehle Äh Nein Team 2 Nicht Team 2 Das Dingsbums Ja Erwartete Ihre Befehle Ihr seid Team 3 Ach schon So und ihr seid Habe ich euch nicht Eure irgendwas gegeben Minen Ja Kann ich schon fast Wieder reparieren So Ich hasse Diesen Quack Dass die hinten Dann einfach Nicht Mit Weiterfahren Ja da verkauft Der schon Okay Oh da oben Schießt schon Ich hätte Ich hätte Boote Vorher noch Bauen sollen Ich glaube Ich fahre nochmal Zurück Weil das bringt nichts Wir sind da oben Die ganze Zeit Mit allem möglichen Ja komm Zieht euch zurück Komm 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 So An das dumme Dreckschiff Habe ich nicht gedacht Dumm Der kann gleich da hin Daran habe ich Nicht gedacht Ja gut Die Mine Ist auch weg Schön Egal Warum war sie los Da Was schießt denn Immer noch Ist das der Der schießt Ja Der ist doch nicht der Einheit bereit Schießt du jetzt noch Meine Schießen Okay Oh Dein Ja von wo baue ich einen Hafen hin Wo die mir nicht dann direkt alles wegschießen Wird gebaut Gestoppt Abgebrochen Konstruktion Wird gebaut Konstruktion Abgeschlossen Gebäude Verkauft Wird gebaut Ja Konstruktion Abgeschlossen Wird gebaut Gebäude Verkauft Bin mal gespannt So Müsst uns hier irgendeiner reparieren gehen Ja Ihr drei könnt sogar Ihr fahrt mal Ich bin mal gespannt ob das Schiff da jetzt direkt ankommt Ja War ja klar Der kann halt einfach so weit schießen Kommt schnellstens eins bauen Ja das sollte man schaffen oder Kommt schon Uh Boot Power Ja da kommt natürlich auch gleich der mit Wunderbar Nicht fahren Ja das ist eklig wenn die fahren Kommt schon Kommt schon Hammer einfach Jetzt fahr nicht weg du feige Ja danke Ja da kommen gleich die nächsten Ja da kommen gleich die nächsten Jawohl Plus zwei Zerstörer Das wird Spaß Ey Das ist unglaublich Ja Kommt Schieß noch einmal drauf Mann Ey ganz vergessen Nein Ich hasse die Schlachtschiffe Ich hasse sie einfach Oh du kannst jetzt hier Danke Danke Wirklich Danke Jetzt können wir wieder neue Siebes dahin bauen Und alles Wunderbar Geil Allerdings das Schlachtschiff ist weg Schon mal ganz gut Ihr seid auch schon wieder ganz Alles klar Ja Das Juroboot einfach so überhaupt keine Chance gegen diese Zerstörer haben Finde ich immer sehr schlimm Konstruktion abgeschlossen Wird gebaut Noch einer Komm einmal aufladen und dann direkt weiter kaputt Wird gebaut Konstruktion abgeschlossen Gebäude verkauft Komm 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 Seid ihr voll Komm mach voll 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 Bevor der Meter abhaus Aber der haut ab Mann Wird gebaut Ah ne 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 Dann fliegt wieder zurück Wenn der geil ankommt kriegt der dann einmal Konstruktion angeschlossen Das wollen das seit letzter Zeit auch Irgendwie ziemlich komisch Irgendwie ziemlich komisch In Ordnung In Ordnung In Ordnung In Ordnung Ah die weg sind Hab ja gehofft dass ihr die Mixer in Ruhe lassen Komm schon Zack Der ist platt Komm mach voll Mach voll Mach voll Der ist voll In Ordnung So wo ist der Zerstörer Der Schlochkopf Da ist der Nein Nein Ja Sir In Ordnung Gestoppen Ja Sir In Ordnung So Tu dich reparieren Und dann gehen wir jetzt gleich den hier abfangen Dann haben wir noch einen Ja Gott Das ist machbar Ja da frage ich mich auch wer sich das gedacht hat Weil die sind wirklich sehr schwach Du solltest dich zwar reparieren gehen aber ist in Ordnung Ist in Ordnung So Dann haben wir auf jeden Fall den Zerstörer schon mal weg Dann sollte das da kein Problem gleich geben Na Dann können wir in Ruhe die fertig machen Erwarte ihre Befehle Bestätigt 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 Brauchen die nicht mal das Flugzeug für oder Ja Sir Quatsch Fertig Erledigt Bestätigt Könnt ihr hier runterfahren In Ordnung Irgendeinen Nachteil müssen die ja haben ja Echt servus Display erstmal Hi Ja aber ansonsten Die haben ja jetzt nicht irgendwie Unbedingt Etwas Wo man dann sagen würde Okay Ey da sind die voll stark oder sowas Ne also Weiß ich nicht In Ordnung Also die U-Boote bin ich Ich mein dahingegen sind dann auch die Die Atom-U-Boote Ne die die Mit den Werfern Die sind Doch die sind unsichtbar Ja gut okay Du kannst dich gut in Stellung bringen Das stimmt schon Und dann eigentlich auf einen Schlag immer irgendwas wegmachen Wenn es funktioniert Die Atom-U-Boote die sind halt dagegen Krass Ja die sind dann schon wirklich krass Weil mit denen kannst du ja Wirklich geile Sachen machen und weit angreifen Wirklich weit ins Landesinnere einfach angreifen Melde mich wie Befohlen Ja Sir Ihr Einsatzfahrzeug In Ordnung Kommt hier alle anrücken Rückt an rückt an In Ordnung In Ordnung Kommt drück um In Ordnung 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 So will man das sehen Mammupanzer Schuss Glatt weg Quatsch In Ordnung In Ordnung In Ordnung Glatt weg damit zu kommen Dann glaubschön Dann hau weg Wer genuine Wollopanzer Schuss Den hier einfach weghauen, aber das sieht hier nach Bauhofer aus, oder? Ja, das ist ein Bauhofer, schön. Hoffentlich keine Attrappe. Marmotpanzer einsatzbereit, fällt mir da nur zu einem. Einmal Raketen nach oben bitte. Danke. So. Wo greifen die an? Echt jetzt? Ihr seid fies. Nein, jetzt gleich braucht ihr keine Silos mehr. Wird gebaut. Wird gebaut. Wir brauchen Silos. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Konstruktion abgeschlossen. Naja, haben wir Platz? Ey, was? Was stand hier? Was stand hier? Ich glaub da stand Strom. Ich bin ziemlich sicher, dass da Strom stand. Wird gebaut. Ekligen. Achso, man kommt gar nicht rüber, ne? Krass. Okay. Ja, Sir. In Ordnung. Ihr geht jetzt mal den da angreifen. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Erwarte Ihre Befehle. Bestätigt. Komm, Partei. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Neue Bauoption. Ja, Sir. In Ordnung. So, dann nest hier, könnte man platt machen, oder? Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. komm ein neuer hallo ich hab gedacht hier hinten ist irgendwo noch ein weg das war so darüber können egal gibt gleich schiffe und dann machen wir den so fertig ich glaube ich sollte auf schwer spielen denke ich mir eigentlich sollte eigentlich schwer sein ich weiß aber gar nicht mehr genau was ich eingestellt hatte also ich möchte mich jetzt nicht verschreiben und sagen ja ich habe auf jeden fall schwer keine ahnung weiß ich wirklich nicht ich hatte die ziemlich ziemlich lange her angefangen gehabt und dann die ganzen anderen commanden conquer spieler hat erstmal gespielt gehabt deswegen kann ich einfach nicht gerade safe sagen so aber so wie ich zum beispiel ich habe heute morgen also ich muss sagen auf die schwierigkeitsstufe kommt gar nicht mal mehr an ich habe heute heute morgen der jap yahoo bezüglich gestern hat der jap yahoo ebenfalls die sowjet kampagne gespielt und der ist zwei drei missionen hinter mir und ganz krasser unterschied der hat halt die version vom 10c net forum den patch für die 10 jahre edition glaube ich und ja der unterschied ist enorm allein bei der mission wo ich so oft gestorben bin die 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 der linke computer dort hat viel mehr attrappen gehabt als bei mir bei mir hatte der glaube ich nur zwei attrappen oder so was dann war generell der hat gar nicht angegriffen der linke sondern wirklich nur der normale pc hat dort angegriffen das heißt er hat am anfang gar nicht so viele wellen abgekriegt wie ich es hatte dadurch ergo natürlich auch überhaupt keine probleme irgendwie für gegen irgendetwas also ja sehr komisch sehr 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 komisch da war die mission der hat sich auch den das video hat er sich dann angeguckt gab hinterher und hat also mein video wie ich gespielt habe sagt er auch ganz klar dass ein riesenunterschied ne wirklich ein riesenunterschied bei tiberium wars habe ich bis italien auf schwer gespielt ja italien zweite mission da bin ich nicht mehr beziehungsweise bei der wo man wo man die zwei gdi basen einnehmen muss und die beiden screen basen einnehmen muss naja da muss man ja irgendwie gleichzeitig und die haben sich die ganze zeit nur angegriffen und da habe ich dann auf mittel runter gestellt aber die mission habe ich noch nicht mal fertig gemacht jetzt also da schaue ich dann nicht dazu jetzt schießt doch das drecks ding nach jetzt gibt ihm da mal einer naja die u-boote kommen schon ne ich weiß zwar nicht ganz auf watti gleich schießen aber wenn wir genug haben machen wir die fertig warum kann ich nicht daten dat bauen muss ich jetzt extra noch ein kleines kraftwerk von denen bauen kann ja eigentlich gar nicht sein oder hier war auch noch einer naja und tschüss und tschüss ja mag sein keine ahnung ich kann mir die mission mit nahmen alle nicht merken und fallen konstruktion abgeschlossen bin ich da auch schon echt übelst raus jetzt erkenne ich die die letzten wochen wo ich halb wieder angefangen habe so extrem command and conquer oder halb viel command and conquer zu spielen merke ich erstmal wie extrem ich raus war aus dem ganzen ne wie 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 mir dieses äh ja das wie schwierig das spiel geworden ist die gdi kampagne hatte ich noch nicht gemacht ich war nur bislang immer so sowjet und not wollte ich dann jetzt alles bis zum remaster werde ich dann alles noch versuchen hinzumachen ich werde jetzt nach der sowjet hier die alliierten spielen dann für tiberian dawn erstmal glaube ich die gdi spielen dann tiberian wars gdi oder schauen wir halt mal ne wie ihr abstimmt wie ihr bock habt wie ich bock habe so wie kriegen wir da jetzt mal kurz den strom aus da ne wir gehen jetzt einfach mal nur strom ausspielen ausstellen aber das stellen wir jetzt mal ein bisschen höher weil bis die sonst da angekommen sind das dauert zehn jahre ne ja guck mal so können wir können die schiffe fahren ah das macht spaß sind da tolle schiffe machen wir mal den strom aus ne hoffen wir mal das war dann gleich ein bisschen mehr sehen die schiffe sind so stark einfach ne ja bauhof auch weg komm schon äh treffen sie jetzt wieder nicht ne boah komm mach weg aber ja wie gesagt für mich ähm ultimativ schwer wieder rein zu kommen hätte ich auch nicht so gedacht dass das so schwer ist ich habe das alles viel einfacher auch im kopf gehabt ne so überlegt so als junger bursche dann oder was ähm ja wie einfach man gewisse sachen gemacht hat das ist halt schon krass ne ja komm ihr dürft jetzt hier einfach alles kaputt machen ziel wählen ah der kommt nicht weit schade von wo wollte er die denn ablegen jetzt kräuter ganz viele kräuter komm machen wir die chrono platte ja komm machen wir platte die brauchen eh zehn jahre bis sie die treffen oder schaffen wir nein das wird jetzt glücksspiel ja ich glaube die treffen die eh nicht was war das nochmal mit den tech gebäuden ich weiß das gar nicht mehr warum nicht zerstören boah musste ich die einnehmen ups echt jetzt ach man wo bin ich denn hier achso ja 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 laden echt jetzt und ich hab nicht nochmal gespeichert oder einsatz geladen also andersrum ja gut danke gut jetzt wissen wir achso ne klar wir müssen jetzt hin die sammler müssen wir platt machen erwarte ihre befehle ja sör in ordnung bestätigt bestätigt danke danke dass du darauf gewartet hast finde ich ähm ultimativ ähm brüderlich ja ne so danke auf jeden fall ihr seht mir ja gerne fünfmal bei der gleichen Mission zu haben wir schon beim letzten mal gemerkt ne wenn man dann zwölfmal eine Mission macht das ist ja halt auch ne immer wieder neue Facetten ne he 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 aber jetzt wird es schneller gehen jetzt geht es auf jeden fall einfach schneller so pass mal auf dann machen wir jetzt den schon platt hier ja sör ihr Einsatzfahrzeug bestätigt bestätigt was ist los geht auf das was euch angreift und du gehst da oben mit Pfeifenkopf hier Einsatzfahrzeug bestätigt gefahrt doch jetzt nicht der Dreck Sammler da hinterher die ganze Zeit ey wenn Panzerintelligenz hätten wären es nicht meine ey meine Nase ne das geht mir so um den Sack ey schuppt und schuppt und schuppt und schuppt bestätigt 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 die drei Techs auch nehmen ja gut das wäre jetzt echt gar kein Problem mehr gewesen die Insel haben wir ja schon so gut wie gehört in der Hand hat man sie ja schon gehabt bestätigt bestätigt in Ordnung ja sör in Ordnung ne die habe ich ja jetzt schon so gut wie gehabt das war ja jetzt nur noch ähm ein bisschen Management gewesen sag ich mal ne wird gebaut in Ordnung so und jetzt jetzt gehen wir gleich wieder hier hin ja sör bestätigt 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 in Ordnung bestätigt da 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 Wird gebaut. Ziel wählen. Verstärkungen sind erlaubt. Ziel wählen. Ja, Sir. In Ordnung. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. Sofort. In Ordnung. Unzureichende Finanzen. Ja, Sir. Sofort. Ja, Sir. Ja, ich mein, ich kann hier auch zwischenspeichern. Ich mach's halt einfach nicht. Ist auch geil, oder? Sehr gern. Einheit bereit. Ja, Sir. Man muss es dann halt auch noch machen, ne? Das hat das Problem. Ich wollte unbedingt noch, ich bin leider nicht dazugekommen, hier in meinen Chatpoints auch noch, ähm, ja, so ein Speicher-Nemote reinpacken, ne? Bin ich leider nicht mehr dazugekommen. Ja, da schießt schon wieder die, da große Schiffchen. Was hat der denn jetzt? Warum schießt denn der hier halbe, äh, Sprengköpfe? Was ist denn da los mit dem? In Ordnung. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. So, dann brauch ich jetzt auch gar nicht so viel Geld ausgeben für... Achso, ne, noch eins. Für, 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 für... Mammutpanzer, aber so viel brauchen wir ja gar nicht, ne? Können ja eh nicht nur drüber nehmen. So, nicht mit uns hier. Nicht mit uns. Ja, Sir. Konstruktion. Ey, was kommt denn jetzt hier die ganze Zeit? Ja, Sir. Komm, mach den Platz. Erwartet ihre Befehle. Bestätigt. Ja, Sir. Erwartet ihre Befehle. Bestätigt. Ja, Sir. Erwartet ihre Befehle. Bestätigt. 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 Erwartet ihre Befehle. Bestätigt. Erwartet ihre Befehle. Ihr Einsatzfahrzeug. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. So, du da hin, du da hin. Erwartet ihre Befehle. Ja, der erste geht hier gleich mal reparieren. So. Paar Silos bauen, den hätten wir dann gleich genug schon mal machen können für... Ach, der Scheiß. Dumme Minen. Dann baue ich nochmal zwei Mix mehr. Noch ne Mine. Yeah. Dann sollte doch alles ein bisschen einfacher gehen, ne? Ach so, hier wollen wir noch einen nehmen. Einheit repariert. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Erwartet ihre Befehle. Ja, Sir. Ja, Sir. In Ordnung. So. Erwartet ihre Befehle. Ja, Sir. In Ordnung. Ich muss mal so einen automatischen Nasenschruber kaufen, aber ich weiß es nicht mehr. Wird repariert. Ziel wählen. Verstärkungen sind eingetroffen. So, durche ich auch noch mit reparieren. Aber fünf Mix, dann dürfte so ein Zerstörer immer platt sein. Melde mich aufgerufen. In Ordnung. Ja, Sir. Wird repariert. Unzureichende Finanzmittel. Unzureichende Finanzmittel schon wieder, ne? Wofür baue ich denn überhaupt die los? Wird repariert. Einheit bereit. Unzureichende Finanzmittel. Hier, Einsatzfahrzeug. Ja, du bleibst nochmal stehen. Ja, Sir. Wie viel haben wir denn? Eins, zwei, drei, vier. Ach so, es ist vier Stück. Ja, ja, wenn wir gleichzeitig die Base haben, mache ich dann noch einen fünften, dann kann man schneller. Obwohl, so viel brauchen wir dann auch nicht mehr, ne? Bis dann oder dafür. Wir nichts könnten in der Zwischenzeit mal was tun, ne? Ihr könnt den schon mal hier wegjagen. Dürfte eigentlich funktionieren. Wird repariert. Na? Oh, ich kann mal reparieren. Nix. Konstruktion abgeschlossen. Boah, wo packen wir denn noch einen hin? Da oben packen wir noch einen hin. Wird gebaut. Unzureichende Finanzmittel. Ja, unzureichende Finanzmittel. Hier, Einsatzfahrzeug. Ich weiß auch nicht, was machst du da oben, Kumpel? Geh da sammeln. Aber ey, wo wir gerade Speichern hatten. Kommt auf jeden Fall zum nächsten Stream. Ist unten dann für Channel Points Speichern. Definitiv. Definitiv. Wobei, ich sehe das schon kommen, dass alle die Punkte sparen, um Kill Deine Einheit. Der Japjahu hat es ganz geil gemacht. Der hat für 10.000 Channel Points, dass der das, äh, seinen Bauhof löscht. Äh, also kaputt macht. Respekt. Mein 10.000 Punkte kriegst du da echt nicht schnell. Ist schon heftig, aber die Mission ist dann, also wenn, wenn, wenn es gut gesetzt ist, ist die Mission definitiv gelaufen. Fühl ich cool. Ich glaube, mach ich zwar auch noch so. 10.000 Punkte ist schon in Ordnung. Kann man schon mal machen. Unser Stützpunkt wird angekriegt. Äh, boah, hätten sie beinahe platt gekriegt, ne? Krass. So, sind gleich alle Mammuts repariert. Schön. So, dann dürfen die Mix das nächste kaputt machen, ne? Ne, den reparieren wollen wir noch. Ja, Sir. Ich krieg dann auch ein paar Bomben gedroppt hier. Bomben. Bomben. Kommt schon. Geht mehr Bomben. Gehen sowieso nicht drauf. Der ist genau reingefahren, oder? Krass. Geil. Ich finde auch immer wieder geil, wie die Mix auf der Werkstatt landen. Gibt nichts Besseres. Wirklich. Melde mich wie befohlen. Bestätigt. Melde mich wie befohlen. Bestätigt. So, dann dürfen die Mix hier aber. Bestätigt. Schön von hier oben angeflogen kommen und den platt machen. Und danach den da. In Ordnung. Wird repariert. Bestätigt. 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 In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Wir können dann schon mal U-Boote. Ich brauche wieder Strom. Wird gebaut. U-Boote bauen. Wird repariert. Einheit repariert. Missionscode. Stimmt. Auf der PS-Version gab es auch Missionscodes. Ganz vergessen. Missionscodes. Ganz vergessen. Missionscodes. Geil. In Ordnung. Konstruktion abgeschlossen. In Ordnung. Bestätigt. So. Hier haben wir Strom. Silos. Wird gebaut. So. Einer von euch. Einer von euch kaputt. Ja, Sir. Dann machen wir jetzt mal kurz die Schlachtschiffe da noch weg. Ja, Sir. Alle voll. Konstruktion. Da haben wir einen, ne? Ey, die Nase geht nicht so rum. Mann, 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 Mann. Wie findet denn überhaupt mein neues Overlay? Was sagt er dazu? Es hat gut geworden, gut gelungen, nicht so gut gelungen. Sieht's ein bisschen doof aus, sieht's nicht doof aus. Gerne Meinung. Echt jetzt? Boah. Fiese Nummer. Wird gebaut. Ich würde auch gerne Meinung dazu da lassen. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. So. Äh, ne. Warte rum. Wird gebaut. Da ist noch eins, zwei. Der kommt dann auch noch. Ja, komm, da geht's dann, ne? Wie sieht's aus bei euch, Mädels? Ihr seht gut aus. Macht den. In Ordnung. Konstruktion abgeschlossen. Und dann reichen zwei U-Bruppe locker. Wird gebaut. Ja, Sir. Erwartet ihr euch? Ja, Sir. Erwartet ihr euch? Voll seid ihr ready? Ihr seid ready. Ihr seid loch. Unser Schlusspunkt wird angegriffen. Bestätigt. Erwartet ihre Befehle. Bestätigt. Ihr Einsatzfahrzeug. Bestätigt. Alle doof auf die Flanke gesch... Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Komm, Schießer. Weg gehen direkt. Danke. Bestätigt. So. Wie sieht's aus mit euch? Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. Melde mich unter. Bestätigt. Komm. Von wo? Von oben rein. Quatsch. Ey. Der hat jetzt aber... Ja, Sir. Krass. Gut. Da kommt nix weiter. Ja, Sir. Wo, wo, wo? Da. Von mir was, ne? Aufm Bauhof geht der jetzt, ah? Aufm Bauhof. Okay, Gott. Das heißt, wir haben jetzt hier eigentlich mehr als nur noch einen Start. Ja, Sir. Können wir drauf gehen, oder? In Ordnung. Denke schon. Achso, Invasoren würde ich noch schnell bauen, ne? Zwei Stück. Ziel wählen. Verstärkungen sind eingetroffen. Die Einwärtsort in Ordnung. Einwärtsort. Einwärtsort. Bestätigt. Die wollte ich ein bisschen später trocken eigentlich, ja? Ja, gehört. Einwärtsort. Einwärtsort. Bestätigt. Bestätigt. Einwärtsort. Einwärtsort. Diese Drecks. Mien einfach. Einwärtsort. 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 Bestätigt. Einwärtsort. Einwärtsort. Ja, komm, mach das. Da chillt da hinten schon wieder so ein Mammut rum, ne? Komm, Mammutpanzer fahren. So, erst die Türme, dann die Panzer. Ja, haut den Rest da mal eben um. Na, guck mal, da ist noch ein Bunker. Noch ein Bunker. Ja, Sir. Ja, Sir. Sieh hier. Ja, Sir. In Ordnung. Einwärtsort. Hett auf. Bestätigt. Hett auf. So, hier dürfen dann schon mal die Invasoren anrücken. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Bestätigt. Werde dich nie befohlen. Hett auf. Ja, Sir. Ja, Sir. Gibt ihm die Raketen. Das ist immer doof, dass man die Helis nie anvisieren konnte, ne? Jetzt kommt die Beam halt. Ja, Sir. Wird da hoch. Mal gucken, ob die beiden da sind. Ja, Sir. Bestätigt. 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 In Ordnung. Bestätigt. Komm, schieß fort. Danke. Ja, Sir. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Erwarte ihre Befehle. In Ordnung. Hier, Einsatzfahrzeug. Melde mich wie Befohlen. Bestätigt. Wo bleiben die? Die sind schon da. Bestätigt. Wunderbar. Wird gebaut. Ja, Sir. Bestätigt. Das wieder einnehmen hier. Hier, Einsatzfahrzeug. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Und dann haben wir direkt können wir... haben wir genug Money auf jeden Fall. Neue Bauoptionen. Bestätigt. Ihr Einsatzfahrzeug. Bestätigt. Um dann die Schiffe direkt zu bauen. Um dann ein bisschen ein paar Lava zu machen. Komm schon, schieß schneller. Ihr Einsatzfahrzeug. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. 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 Nein, da haben wir jetzt hier... ... 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 kreuzer ja da müssen wir da drüben landen oder ja dann machen wir das halt dann machen wir das halt so haben wir ein paar mammut panzer mit denen gehen wir da drüben spazieren und schalten wir erstmal wieder den strom aus und bevor der kreuzer da vielleicht doch irgendwas kaputt macht was er nicht kaputt machen soll dann haben wir ja auch noch die mix gut, das lassen wir mal stehen, das lassen wir stehen zack, zack, zack ja, jetzt haben wir den strom gebaut, dann gehen wir mal gleich den werkschlot hinsetzen einheit bereit wird gebaut konstruktion abgeschossen dann treffen sie wieder nicht, oder? erwarte ihre befehle wird gebaut treffen sie? nein, treffen sie nicht mehr wo bleibt ihr? da bleibt bestätigt 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 in ordnung konstruktion abgeschossen in ordnung in ordnung in ordnung melde mich wie für die einsatzfahrt bestätigt bestätigt so, dann brauchen wir euch ja gleich statt drüben wird repariert wird repariert ja, sör dann kommt ihr mal her ja, einen bauen wir noch, oder? bestätigt bestätigt ja, sör ja, sör bauen wir dann mal transporter ja, sör krachtverkta auch gut ey, schon wieder eine mine hier, oder was? ey erwarte ihre befehle die sind so heftig, die mine ja, sör die sowjet-minen sind halt einfach solche lachnummern und die von den alliierten, die mine die sind so krass stark aber gut, ansonsten werden die auch völlig kap.. äh, evrok Ja klar, das war natürlich auf der PS1-Session richtig krass. Ja klar, weil halt einfach die Berechnung, wenn du da so Spiele siehst wie in Empire Earth oder sowas, wo halt mit 1200 Einheiten schon krasse Nummer war und dann natürlich Total War oder sowas, ne, ist halt mal ein ganz 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 anderer. Da geht es schon ganz anders dann rund. Das war aber schon wie gesagt so. Aber gut, bei generelle Stunde nur auf dem PC ist das aber trotzdem anders. Weil mittlerweile die CPUs einfach viel besser genutzt werden, auch von den Spielen. Es gibt ja gewisse Patches und so. Und da hast du dann gar nicht so Probleme. Jedenfalls ist das Schlimme. Da kannst du schon ein paar Einheiten mehr benutzen. Und schießt das kaputt da. Da ist noch einmal Strom. Ja, das Bauhof wegmachen, aber Strom dürfte jetzt weg sein, ne? Ja, das sieht gut aus. So, mach den Bauhof weg. Danke. Dann die einzelnen Einheiten hier mal eben angreifen. Ihr Einsatzfahrzeug in Ordnung. Melde mich wie befohlen. Bestätigt. Ja, wie gesagt, aber es gibt uns, die Engine verkraftet schon nur im Zusammenarbeit mit den Prozessoren, beziehungsweise wie halt einfach die Kryptik da war, wie das Ganze natürlich programmiert wurde. Ging halt gar nicht so. Oder man konnte gar nicht so den Nutzen dann davon ziehen. Komm, jetzt mach den kaputt da. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Ziel wählen. Verstärkungen sind eingetroffen. Ja, Sir. Ich meine, das ist immer noch nicht optimal. Auf gar keinen Fall. In Ordnung. Melde mich. Jawohl. Jawohl. Erwarte Ihre Befehle. Ja, Sir. In Ordnung. Batsch. Panzer weg. Ja, nix. In Ordnung. Komm, treff den, treff den, treff den. Da drauf solltet ihr gehen. Da drauf. Schieß da drauf. Alles, was ihr habt. Äh, fünf Paschen, zwei, ne. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. Ziel wählen. Bestätigt. Bestätigt. So. Wenn er nirgends wo mehr landen kann, ne. Ah, toll. Echt jetzt. Wir sollten nicht einfach rumschießen, wir pfeifen. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Oh, da drauf. Ja, das wird nix. Ach, jetzt kommt wieder die Kacke hier, ne. Die schaffen es wieder nicht. Erwarte Ihre Befehle. Melde mich wie befolet. Ja, Sir. In Ordnung. Melde mich wie befolet. In Ordnung. Erwarte Ihre Befehle. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, ja. Aber ich dachte, es ist halt auch einfach nicht dafür gedacht, ne. Muss man halt mal ganz klare Sachen sagen. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Bis mal alle Mammutpanzer drüben sind. Wo landen wir denn Hübsches? Spionageflugzeug bereit. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. So. Ja, klar. Klar. Eigentlich ist es natürlich eine taktische, eher taktische Angelegenheit. Ey, ich könnte die ganze Zeit hier noch Sachen bauen. Bau nichts. Ja, Sir. So, warten wir mal eben, bis die hier davon ein bisschen was weggemacht haben. Komm, bauen wir irgendwas, damit die einfach zufrieden sind. Guck mal, hier bauen wir noch ein Kräuter. So. Jetzt kein Bock. Sie müssen es bauen. Ja, schießt. Warte, Zeuche. Sag schön. Panzer weg. Nein, war nicht weg. Boah, krass. Komm, schießt. Schießt. Und treff vor allem. Da hin. Da den. Den Rugbot noch wegmachen. Schön. Und dann schießt auch. Oh, hat er endlich einen down gekriegt. So, aber ich merke schon. Damit die da nicht, äh, ne? Äh, 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 äh. Einfach so auf irgendwas drauf gehen. So, da weghauen. Muss ich jetzt die alle? Ich muss gleich nochmal lesen, ob ich die alle einnehmen muss oder wie oder was oder wo. Aller einnehmen, ja, denke ich mir. Nur, wo schießt du da hin, Herr Schau? Äh, dann muss ich... Wird gebaut, gestoppt, Konstruktion abgeschlossen. Ja, ich wollte jetzt kurz hier eins bauen, zack. Äh, ladadadadadadadadadadadadadam. Wird gebaut. Erwartet Ihre Befehle. Du schießen die jetzt schon wieder drauf? Einheit. Erwartet Ihre Befehle. Ach, du bist so ein Depp, der sich nicht dran hält. Danke. A ч so ein Depp, der sich nicht dran hält. So, haben wir halt gleich geschafft. Ja ich hab die eigentlich schon hier, ich wollte ja eigentlich ins Wasser schießen. Aber die schießen schon die ganze Zeit hier aufs Land nur drumrum, also von da anwescht. Ah ok, gut, alles klar. Ja, gibt sofort Silos. Ach du heilige Scheiße. Wird gebaut. Wir brauchen Silos. Primärbauwerk ausgebildet. Den hättest du mir vorher mal sagen müssen. Vorher. Schüss. Oh nein. So. Nicht, dass da jetzt irgendwas passiert einfach. Achso, schnell hier hoch. Scheiße. Und da oben muss er noch die Dinger wegehauen werden. Ja komm, fahrt mal dahin. Los, noch einen. Wir brauchen Silos. Ja Sir. Bestätigt. Ja Sir. Bestätigt. Ja Sir. Bestätigt. In Ordnung. Oh, noch vier Minuten. Das ist doch kein Problem Kumpel. Ey. Muss ich die jetzt einnehmen oder nicht? Das ist das. Das ist die Frage. Bestätigt. Ja Sir. Bestätigt. In Ordnung. Dann ist mies. Ja Sir. Bestätigt. Ja Sir. Wir brauchen Silos. Dann ist mies. Ey. Was macht denn ihr Deppin? Ja Sir. In Ordnung. Ja Sir. In Ordnung. Ihr seid so. Ihr seid so. Panne einfach. Ne? Ihr seid so. Panne einfach. Ja Sir. In Ordnung. Greift das Ding jetzt an. In Ordnung. Bestätigt. 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 In Ordnung. Fehlte mich wie bewogen. Ich schießt das Ding da kaputt. Bestätigt. 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 wir brauchen sie los ich habe jetzt echt gedacht ich muss auch die chrono noch einnehmen mit der chrono wäre es tatsächlich dadurch dass ich jetzt auch keinen normalen panzer mehr gehabt habe wenn es mit der chrono echt mies geworden war weil der mammut panzer schießt hat manchmal zu stark ja aber das erzwungen speichern kam zu spät einfach das kam ich weiß genau deswegen hast du gemacht extra spät